Ja, Wasser. Und Föhr, mach ihn voll, mach ihn voll. Ja, los, mach ihn. Mach ihn voll. Was ist los? Hallo? Alles okay bei dir? Ah, er hat ihn voll gemacht. Muss ich mir Sorgen machen? Hallöchen und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ich habe letztes Mal zugeschaut bei mir oder dem Nutucker aufs Brot. Oh, wer kommt denn da geflogen? Da ist er ja schon. Der Gute. Ja, geil. Ein Fliegen gelassen. Ich kann leider gerade nicht fliegen. Ich muss erst aufladen, mein Jetpack. Ich habe letztes Mal alles verbraten. Alles. Oh, der Drache ist ja schön. Ach so, ja, ich habe wieder John Smith Technikans Remix Textur Pack installiert, weil Vanillatexturen mir auf den Sack gingen. Bitte? Ja, auf dem Kartoffelsack natürlich. Was ist denn mein Jetpack? Am Rücken wahrscheinlich. Probieren wir mal hier nochmal die Hühner zu... Mein Stahlhelm ist auch bei dem Eimer. So, zu aller Anfang hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, ich mache erstmal die kaputt, um die Shards rauszubekommen. Habe ich eine Pickaxe? Jo. Dann kann ich die Shards wegpacken. Nein, es hat schon wieder nicht probiert. Oh my God. Da gibt es nicht. Ich bin einfach zu ungeduldig, glaube ich. Boah, keine wieder mehr da. Also ich wollte ja... Ich weiß nicht, was ich jetzt machen möchte. Ich könnte den Turm weitermachen. Ach, ich weiß, warum das Holz hier weg ist. Ja, genau, das war der Harvester ist schuld. Böse, böse Harvester. Bei meinem Turm ist nämlich Holz weg, weil ein Baum reingewachsen ist in den Turm. Ich hatte ja an den Seiten diese Verzierung, Holzverzierung da, ne? Weißt du? Und das hat der dann weggeerntet, weil es eine Verbindung mit dem Baum hatte. Über Blätter. Ah, okay, verstehe. Da ist er rigoros. Da kennt der nix. Ne. Das macht er weg. So, Golden Bag of Holding. Fial, Essenz kann ins System. Das kann ins System. Ich habe noch ein halbes Herz. Dann hau es weg. Mach ich ins System oder wo lagern wir das jetzt? Ne. Immer noch in der Strongbox, ne? Ja. Black Wool ins System. Gunpowder ins System. Gravel ins System. Cobblestone werfe ich gleich runter. Bone, Egg ins System. Chest kann ich noch gebrauchen. TNT. Ich brauche gerade keine Shards. Gut, weg damit. Was ist das? Ach, das ist der Builder's Wand. Brauche ich den? Könnte ich eventuell gleich gebrauchen. Oh, Mann. Ja, ein bisschen aufräumen muss sein. Du kennst die ganzen Sachen wegen dem neuen Textur Impact. Doch, doch. Aber ich bin gerade am Aussortieren in meinem Golden Bag of Holding. In meinem goldenen Sack. Iiii, er hat Sack gesagt. Ja. Was ist eigentlich gebildet und hängt am Baum? Hab ich denn schon mal erzählt? Du hast ja eigentlich von mir. Hab ich von dir? Ne, den hab ich von Bullshit TV, glaub ich. Da hab ich den zuerst gehört. Okay. Ich hab den ja auch vor ein paar Aufnahmen mal erzählt. Okay. Deswegen dachte ich, der wär hängen geblieben. So wie du. Es ist schon geil, mit dem Jetpack in die Höhe zu bauen, ne? Was ist jetzt denn los? Oh nein, ich steck fest. Irgendwie muss ich hier doch was anständiges Geschissen kriegen, ey. Okay. erkennen sie irgendwann fängt man es zu ignorieren hat ja noch mal so zusammenhangslos ah nein ich schon wieder ich habe schon wieder falsch gebaut keine axt dabei ich mache jetzt erstmal reparaturarbeiten am turm ich mache immer einen richtigen hühner käfig damit die nicht rauskommen weil die auch ganz oft irgendwie rausbacken da mache ich unten solide blöcke darüber erst den zaun sicher sicher und apropos musik an dafür noch einer ich glaube das war es dann weil ich mal gucken dass ich hier der der energie ist das ist nicht gut scanne ich noch was kann ich noch was gehen das hat geklappt sehr schön den elevator kann hier ausgehen sehr schön das brauche ich gar nicht hier machen also den research table brauche ich eigentlich jetzt nur um aspekte nee gar nicht um aspekte zu verbinden weil im dann homo nomi ja aber das ist nur weil im tom nomi con der easy mode aktiviert ist ist wohl von haus aus so so wir können jetzt unsere ersten golem kerne machen das heißt wir können ihm harvest beibringen oder auch guard also wir können dafür habe ich nicht genügend aspekte magical hammering taumium hammer taumium kann ich auch schon herstellen aber cinder perl finde ich ja viel interessanter dann können wir uns ja ein blaze viel besser beschwören wenn wir die cinder perl nämlich haben kriegen wir daraus blaze powder ich glaube das kaufe ich mir gerade mal und dann musste ich einen kessel machen ach so was was kommt da man braucht normale flowers diesen diesen wagen kessel oder welchen willst du noch diesen taum kreft kessel also in einfachen kessel hinstellen mit dem zauberstab drauf drücken dann hast du ein taum kreft kessel ok apropos zauberstab wo habe ich denn mein zauberstab gelassen ich möchte es nicht wissen im ernst wo ist er ich möchte es nicht wissen nein 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 warum habe ich den denn ja und dann hinterher muss ich mir wieder anhören der war doch da im inventar warum wirft ihr denn nicht ja das geht schnell ok warte wand nee man wir haben noch ein bilders wand wir haben zwei davon ja klar wir sind ja noch zu zweit naja ich dachte oh ich muss was essen deswegen bin ich so langsam ist mir jetzt ein rätsel ein rätsel habe ich deinen kisten oder habe ich den ich auch noch mal bei mir in der kiste also da ist auch noch einer dann nehme ich jetzt auch mal mit aber ich hatte zwei sterbchen kann sein dass der ja der licht auf dem tisch habe ich aber noch nicht benutzt obwohl es fehlen fünf ordo was habe ich denn damit gemacht irgendwas pervers ist na das glaube ich nicht also der kann dann da drin bleiben dann stelle ich hier mal eine kiste hin ja da stelle ich mal eine kiste hin wo ist die kiste ich habe doch noch kisten dabei gehabt da so wo kommen sie hin da das sieht schön aus ja muss ja das da rein scribbling tool auch da rein muss ich mir demnächst noch mal ein bisschen tinte besorgen sicher ist sicher ich brauche ein kessel haben wir noch iron ich brauche 67 kein ding 1234567 alles muss versteckt sein weiß ich nicht weiß ich auch nicht ein teufelkreis wie können wir das dann rausfinden ich weiß nicht vielleicht deine freundin ach so who knows nehme ich mal stark an au er hat mir in den arsch getreten er hat mir in den arsch getreten und das war nicht sehr angenehm und du hast nicht darum gebeten das halte ich für ein gerücht das hat sich jetzt nicht gereimt was macht er da ich mach mir einen ja ist kein problem kann ich wieder machen heile also ich brauche ein bisschen lava mal lava lecker laba palavra kann ja gleich mal hier hinten loswerden dass das feld nämlich bewässert wird sehr schön da auch noch ein komm her du huhn fieses huhn du das fiese huhn des todes so jetzt musst du doch mal vorerst als als huhn landen haben wir da was drin? ja da ist ein lava sehr gut mach ich den kessel jetzt oben kann ja gleich mal oben hinbauen tak ja 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 was ist das? wie kann denn hier noch ein Blatt drin wachsen? hab ich das vergessen vielleicht? muss ja oh ich muss mal f7 drücken oh 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 was los? alles voll mit äh spawnbaren Bereich jo naja alles nicht aber mission wart hier ne ich muss hier mal in die Ecken ein paar was rucke ich denn jetzt oh god es ruckelt warum ruckelt es es ruckelt ich möchte das texture pack nicht ausmachen nein das möchte ich nicht nein so das hier wird dann naja der Hochkeller sag ich mal der Hochkeller ja und wenn ich ähm das wegnehmen ist da nichts unter ne deswegen muss ich das wegnehmen ok da ist dann genau da kann ich Lava reinmachen du Lava hast da der Kessel hin geil wäre eigentlich noch wie mach ich das denn jetzt da muss ich oben ja auch noch ne Wasserquelle hin haben so easy ja ja ich hab nur das kommt alles doch einen Abteil höher kannst du dir eine Wasserquelle in die Wolken machen oh ne geht das ja stimmt wir haben ja Wolken eingesammelt theoretisch ja ich weiß jetzt nicht genau ob die Wasser halten können aber muss man auch probieren mhm aber wenn ich da jetzt runter buddel dann ist da nichts mehr ne hab ich ja kein Bucket dabei ne ah das war auch ne Stufe ah ich hab sie eingesammelt sehr gut das ist jetzt ja verzwickt normal das sind alles Stufen Diffix Now 1 das ist doof ist da was unter nein ok dann oh oh er hat wohl der Brainiac verklickt aber nicht oder links haben er hat er okay ich mach's so ja mach ich so denn ja dann ist das war das ist dann der Keller genau und ich die dann muss ich leider, leider, leider die Torch darstellen und hier noch ein kleines Basin bauen meinst du ich würde mal noch mal mutierte Bienen bekommen ist echt nicht normal kriegst du keine mehr, ist der Wurm drin vielleicht hast du ja die Milbe drin das hört man ja so dass die Bienen Probleme mit Milben haben können ich guck viel Galileo musst du wissen habe ich früher geguckt ja oh Creeper der ist auf dich scharf ich lad auch mal wieder mein Jetpack ist ja schon sehr schnell leer das Ding dann hauen wir den Creeper noch mal auf den Kopf mach das oh kaputt schon kaputt na klar ich geh mal flott also gut ähm ich brauch Fluidducts ja Fluidducts ja ich geh mal higher machen danke ach dann muss ich mitkommen ne oder hat jemand gefragt äh wir sind noch alleine im Server echt ich dachte die wären auch schon da wie ging denn der Aquarius Accumulator Aquarius Accumulator ah Qua ups wird er anders geschehen gucken wir mal nochmal in so ein Backpack da ist er doch also gut ich brauch ein Machine Frame Pneumatik Servo und Tin ist ja kein Problem und ein Eimer gut Machine Frame brauche ich Eisen ah Eisen ja ist klar Iron ja man Steck raus dann müsste ich auch bald nochmal Eisen produzieren oh je oh je ach wir haben auch noch 38 Pulverized Iron oh oh Block of Iron noch 4 ja sehr gut gut dann brauch ich nochmal Block ah ok Block of Iron kennst du nicht Out of Block äh oh das äh äh das war ein Bauer was äh ja ähm ausgewachsener Bauer ja ja also Gold Glas ja entschuldige ich bin ein schlechtes Vorbild ist gar kein Vorbild ne das stimmt was jetzt muss ich gerade mal gucken wie genau das Machine Frame macht Hühner Liebe so ja war natürlich genau andersrum Glas dahin und Eisen dahin klick 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 gut Machine Frame wunderbar Hammer Machine Frame dann noch Töten Röntgen Töten ich weiß warum das vorher auch mit den Hühnern nicht so funktioniert hat ja wieso ich habe ja dieses Opferding erst Ende der letzten Folge erstellt das war wahrscheinlich einfach zu kurze Zeit da konnten auch gar nicht wirklich Hühner spawnen jetzt haben wir keinen Panamatic Serbo mehr ne ich habe eine Minute oh schmeiß mir den zu du müsstest ihn haben oh danke bist du ein Schatz Bussi ja mhm oh sehr geil jetzt habe ich vor lauter Aufregung weil du neben mir standest vergessen wie das Rezept war mhm bist du ganz wuschig geworden ja ach ja Glas und ein Eimer oh das ist aber auch kompliziert was machst du denn mit Glas und einem Eimer ich mache mir noch einen Aquaeus Accumulator damit ich eine automatische Wasserversorgung oben habe für ja eigentlich nur für den Kessel aber das ist echt unglaublich praktisch weil sonst muss man immer manuell Wasser nachfüllen ist ja klar aber ich habe doch den Aufzug das ist klar ja in der Tat ja und wenn der halt leerläuft dann kann es sein dass du die Essenzen die du eingefügt hast verlierst das wäre ärgerlich jetzt habe ich kein Wasser mitgenommen mhm das ist auch ärgerlich zack und zack und drüber da und dann brauche ich den zack zack haben wir noch Bussi Buckets oh ich muss die schon wieder essen ja doch ich habe auch noch zwei im Inventar also eine welche braucht kann ich dann noch welche geben zwei wären super ja komm her noin was sind das so um deinem hals was um meinen hals ist mein penis na du hast dein penis um meinen hals das ist eine kette oder so um hals hattest du dich schon immer nee ich habe keine kette um den hals ach das ist das jetpack ne das ist mein bauch okay aber es sieht aus wie eine kette die um den hals hängt also lang hat wie geht's alles klar wasser kann ich hier unten mitnehmen wunderbar unsere insel vereinigt euch nein pflanzt euch vor kommt nicht so ruckeln immer cool bei mir was der andere einmal da ach so alles gut dahin ja unendliche quelle jetzt ein aqua aus akkumulator der brauche ja auch kein strom das finde ich sehr gut und fluid docks versorgt er auch automatisch mit wasser siehst du ja du bist echt der beste du bist super geil du kleines geiles stück geiles stück ja wasser und für mach ihn voll mach ihn voll ja los mach ihn mach ihn voll was ist los also käme die folge macht muss ich mir sorgen machen kann der aqua aus akkumulator nicht hinterher doch ist er schon voll der kutsche bill der kutsche bill ist voll alles klar gut das hätten wir schon mal dann möchte ich jetzt gerne eine cinder pearl herstellen mehreres in der pearl ach wir brauchen blumen ne sag mal wie viel blumen hast du über die sind danach auch verschwunden gar keine über dann brauche ich knochenmehl und das hier müsste ein forest biome sein ich sehe es nicht ich sehe es nicht warum sehe ich es nicht die folge wenden ach quatsch hör auf ich muss doch noch blümchen machen nö 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 ja gut ja dann danke ich euch mal fürs zusehen und schaltet auch morgen wieder rein wenn es heißt äh kenzi baut blümchen cinder bürger versuchten blut ob da ist ja schon eine perfekt ich hatte recht mit dem bald das born anscheinend mehr blumen ich hatte sofort glück ähm gut bis morgen reingehauen tschüss